Servus Leute und Willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, heute geht es darum, was werden wir in FIFA 23 alles machen. Spielen. Was kann ich hier auswählen? Nix. Saisons. Spielen. Saisons. Nächste. Ah, so. Ja, viele haben auch geschrieben, sie wollen Ultimate Team ersehen. Dann stelle dein Wunsch-Dimo aus aktuellen und früheren Superstars zusammen. Ja, gucken wir einfach mal da rein. Wird jetzt ja runtergeladen. Okay, ich muss ein Update runterladen. Aktualisierung. Ich gucke jetzt mal kurz hier rein, was da so abgeht. Ja, runtergeladen. Okay. Wähle dein Starter-Pack. Okay, dann werde ich direkt hier reingeschmissen. Ich nehme mal Deutschland. Deutschland. So, mein erstes Pack, was ich hier ziehe. Okay. Dursun von Fenerbahce. Okay. Sagt mir jetzt nichts. Einer von Jan Regensburg ist dabei. Zemperlinja. Otto. Punkt. Ja, das scheint die Ersatzbank zu sein. Anwärter. Eggestein. ZM. Die legen wir wohl hier rein. Uhlmann. Dücker. 68. Dressel. ZM. Okay, da muss der leider weichen. So, dann haben wir noch auf dem rechten Flügel was frei. Manager-Karten gibt es hier auch. Okay. LF. ZDM. RF. RM. Okay, okay. Ja, das ist so quasi dann mein Zentral-Innen-Verteidiger. Links-Verteidiger. Den machen wir eher hier ran. Zentral-Innen machen wir hier rein. Dann passt das besser. Denke ich. Was sind das für rote und gelbe Linien? Mal gucken. Ja, ich gehe mal. Essen FC heiße ich. Okay. Kann man das ändern? Einen hochwertigen Leihspieler hinzu. Wähle einen Spieler. Abbrechen. Achso, aus dem kann ich jetzt noch an AF-Reserve. Na, ich habe jetzt das noch nicht ganz verstanden hier. Dieser Platz ist leer. Du musst einen Platz auswählen, ob der ein Springer steht. 57. Leute, macht mich nicht fertig. Achso, okay. Ne, ich muss jetzt einen Ersatz wählen. Da ist von dem... Ah, okay. Ich sehe hier gerade... Aber, nein, nein, nein. Ich will hier noch einen wechseln. Hä? Punkt 55. Ja, dann kommt der halt weg. Zentralinnenverteidiger. Sturmrechterflügel. Linkerflügel. Dann sage ich einfach, okay. Was? Was ist die Zahl da unten? Die blaue Zahl. Okay. Jetzt kriege ich nur auf rechter Position welche. Okay. Ne, doch nicht. Qualka. 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 Babu. Ja, von dem Werten her. Hier, Alexander Arnold hier. Den habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Aber der ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Ach, ich nehme ihn hier. Ist zwar sehr komisch jetzt, aber naja. Okay, mein Magen meckert auch. Trikos wählen. Kaiserslautern. Das ist auch ein bisschen unrealistisch. Das ist echt komisch. Kaiserslautern Trikot. Wolfsburg. 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 Das ist ein dunkles Trikot. Nämlich Wolfsburg. Dein Wappen. Ja. Kannst du dich später noch ändern. Nämlich Frankreich. Boah. 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 Nächste Generation. Foodshop. Okay. Och Leute, ich bin so unerfahren hier. Ultimate Team. Keine Ahnung. Da könnt ihr mir gerne was schreiben, lernen, verbessern. Jetzt startet dein Food-Abteil mit den Grundlagen. Aufgaben. Lernet das Spiel mit einer Reihe von Aufgaben kennen. Holet ihr neue Items um dein Team weiter zu verbessern. Lernen und verbessern. Okay. Spiele. Die Grundlagen. Och Leute. Ich glaube, das muss ich mir mal in aller Ruhe angucken. Wie das denn funktioniert. Ach, da hat man Ziele. Aufgabentransfers. holt ihr neue Items. Und kann ich hier auch spielen. Squad Battles. Spiele Wettkampf-orientierte. Spiele Wettkampf-Höpfeil. Okay. Okay. Okay, das erschlägt mich gerade so ein bisschen. Aber naja. Hört sich interessant an. Könnt ihr mir, ich mich ja ein bisschen aufklären. Pro-Clubs. Pro-Clubs. Okay. Das ist ein einzelner Spieler. Ich werde in FIFA auf jeden Fall auch wieder eine Vereinskarriere machen. Da habe ich auch noch eine Überraschung. Ja. Ja, Ultimate Team. Müssen wir mal gucken. Wie das so ist. Dieses Volta. Ja. Das habe ich, das mochte ich nie so. Keine Ahnung, wieso. Das Tor ist da irgendwie zu klein. Ja. Und ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben, was euch so interessiert. oder ob ich hier beim normalen Karriere Modus bleiben soll. Oder hier eher Ultimate Team machen soll. Aber ja, da brauche ich erstmal ein bisschen Eingewöhnungszeit. Und ich denke, das wäre sogar besser, wenn ich dann bei FIFA 23 damit anfangen würde. Und ob es mir dann überhaupt Spaß macht. Ja, Leute. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.